Trance, das Vergessen. Ja, wenn du wieder Platz nimmst an einem Ort, der dir gefällt und der zugänglich ist, ein Ort, den du vielleicht schon kennst, der eine gewisse Gewohnheit geworden ist, um in diesen Zustand zu gehen, und dann Platz nimmst, und während du Platz nimmst, schon einfach wahrnimmst, was hier so da ist. Wie fühlt sich der Platz an? Ist er hart? Ist er weich? Spielt gar keine Rolle. Ob er weich oder hart ist, das ist einfach der Platz, auf dem du jetzt sitzt, auf dem du Platz genommen hast. Und du hörst die Geräusche um dich herum. Immer sind die Töne auch anders. Zu jedem Zeitpunkt, in jedem Augenblick deines Lebens gibt es andere Geräusche und andere Töne. Da gibt es die menschlichen Stimmen, da gibt es die Verkehrsgeräusche, da gibt es die Tiere, die da sind, besonders die Vögel. Da ist deine Atmung, deine Atmung, die dich immer begleitet. Und diese Atmung ist auch immer unterschiedlich. Manchmal gibt es tiefere Atemzüge, manchmal oberflächlichere Atemzüge. Manchmal scheint die Atmung stillzustehen und ist ganz flach. Es gilt, keinen besonderen Weg der Atmung zu gehen, sondern der Weg der Atmung ist genauso wie die Wege in deinem Leben sehr, sehr unterschiedlich. Mal flacher, mal steiler, mal einfacher zu gehen, mal vielleicht schwieriger zu gehen. Deine Atmung findet immer wieder statt, automatisch. Und du kannst dich dieser Atmung, deiner Atmung hingeben. Und du weißt ja, in deinem Leben begegnen dir viele Dinge, die da sind. Im Laufe der Zeit lernst du dir persönlich immer wieder die Geschichte oder Geschichten deines Lebens zu erzählen, Geschichten, die wichtig sind. Ereignisse, Begebenheiten, die da waren in deinem Leben und die wichtig waren. Egal, wie sie konnotiert sind, ob sie negativ waren oder positiv, ob sie angenehm oder unangenehm waren, spielt keine Rolle. Es waren einfach die Ereignisse, die stattgefunden haben in deinem Leben. Und du erinnerst dich dann und wann an diese Dinge, das kann plötzlich kommen, wenn du irgendwas betrachtest, irgendetwas stattfindet, wo du vielleicht gar nicht dran gedacht hast, dass jetzt so eine Erinnerung hochkommt und dann ist die Erinnerung da. Und dann darfst du dich mit dieser Erinnerung ein bisschen beschäftigen auf deine Art, indem sie dich einfach erinnerst, wenn sie dann wieder vorüber zieht, was auch immer. Und diese Bewusstwerdung, wenn sie dann stattfinden will, ist etwas sehr Wichtiges in deinem Leben. Die Dinge, die so kommen, anzunehmen und nicht zu verdrängen und sie entstehen zu lassen, weil sie sind an sich sinnvoll. Sie machen immer Sinn, damit umzugehen, wenn es dann sein möchte. Während du so weitersitzt und deinen Körper spürst und ihn vielleicht auch irgendwann nicht mehr spürst, sondern nur diese Stimme wahrnimmst, die Geräusche einfach so da sind und du ihnen nicht unbedingt eine Aufmerksamkeit geben musst, du sie zwar registrierst, so wie jetzt, aber sie einfach so sein lässt, wie sie sind. Es gibt immer Autogeräusche, Tiergeräusche, menschliche Stimmen. Wir könnten eine Statistik aufstellen an dieser Stelle und sagen, was sind so die wichtigsten Töne und Geräusche, die wir nahe nehmen. Und das ist Verkehrsgeräusche, das kann auch Verkehrslärm sein, und das ist einfach dieser ständige, permanente Verkehr, der stattfindet, von den motorisierten Autos, Fahrzeugen. Das sind menschliche Stimmen und das sind Vögel. Das sind so die drei häufigsten Töne und Geräusche, die uns stets begegnen. Und die können wir ganz unterschiedlich wahrnehmen. Die können wir fließen lassen, so entstehen. Sie haben vielleicht eine beruhigende Wirkung. Manchmal haben sie auch eine stressige Wirkung auf uns und sind sie einseitig und unsere selektive Aufmerksamkeit ist in den betreffenden Geräuschen, in dem Ton zu stark. Dann kommt der Moment, wo du es einfach loslassen kannst, wo du lernen kannst. Das ist tatsächlich auch ein Lernprozess, auch ganz bewusst loszulassen und zu sagen, so, ich habe jetzt dieses Geräusch wahrgenommen und jetzt kann es auch wieder loslassen. Und dadurch bekommt es eine andere Formation, und dadurch bekommt es eine andere Bedeutung. Dadurch bekommt es eine andere Aufmerksamkeit und all das. Wichtig ist doch, in deinem Leben immer wieder von Punkt zu Punkt zu gehen, deine Aufmerksamkeit, deine Konzentration auf etwas zu richten, ganz in der Unmittelbarkeit deiner Aufmerksamkeit, deiner Konzentration. Und Konzentration ist nichts weiter als Energie, die verstärkt ist in dieser Aufmerksamkeit. Und es ist immer wieder die Frage für dich, wie tief gehst du in dieser Konzentration auf etwas ein, wie weit lässt du dich ein von der Sache. Und wenn du dich vollkommen einlässt auf etwas, egal ob das ein Ton ist, ein Geräusch, eine Berührung, ein Bild, eine Szene, eine Verhaltenssequenz, dann verändert sie sich ab einem bestimmten Punkt. Nenne das meinetwegen Höhepunkt, aber das ist auch ganz gut zu sagen, es ist ein bestimmter Punkt, der jetzt überschritten wird, so eine Art von Wendepunkt, der entsteht. Das sind die Wendepunkte im Alltag, im Alltagsleben, in der Konzentration. Du lässt dich auf etwas ein, du konzentrierst dich und dann kommt der Wendepunkt, diese Art von Wendepunkt, der dich loslassen lässt und der dich auch vergessen lässt. Und das Loslassen und das Vergessen hängen ja zusammen. Und das Vergessen ist sehr wichtig, weil du kannst nur dann tatsächlich auch erinnern und wieder erinnern und du kannst nur dann lernen, richtig lernen in deinem Leben, wenn du auch vergessen kannst. Wenn du immer wieder vergessen kannst, forget about it. Schöner englischer Ausdruck. Vergiss es einfach. Vergiss es in dem Moment. Vergiss das, was da eben da war. Lass es los. Und es wird in dir vermerkt sein, denn all das, was dir je in deinem Leben begegnet und begegnet ist, begegnen wird, ist nicht verloren, sondern hat seinen besonderen Raum, seine besondere Zeit, seinen besonderen Platz in dir. Aber du musst es nicht stets wissen, du musst es nicht stets bemühen, du musst es nicht stets verkrampft an dich ziehen, sondern es kommt ganz automatisch und von alleine wieder, indem es dann zu dem Anlass, der wichtig ist, dir wieder zur Verfügung steht. Und so springst du von Punkt zu Punkt, von Ort zu Ort, von Wissen zu Wissen, von Begegnung zu Begegnung, von Mensch zu Mensch, von Mann zu Frau, von Frau zu Mann zu Kind, wem auch immer. Und du bist ganz da und im nächsten Moment vergisst du wieder, nicht? Die Begegnung, die dich vorhin berührt hat, ist vielleicht ein angenehmes, warmes Gefühl in dir und du hast es längst vermerkt und du weißt ganz sicher mit einem Lächeln auf deinem Gesicht, das wird dir dann wieder begegnen, wenn es sein soll. Aber vorerst, vorerst, vorerst kannst du es loslassen. Du kannst es einfach loslassen und vergessen. Das Vergessen macht dich leer. Das Vergessen generiert alles, weil in dem Vergessen alles in Wirklichkeit vorhanden ist, das du benötigst für dein Leben. Im Vergessen ist dieses, hm, was ist es denn, dieses Leersein. Aber Leersein bedeutet ja nicht, nicht, dass da nichts ist, sondern es ist ja nur ein Leersein, ein Leerwerden, immer wieder Leerwerden, frei, befreit und in diesem Leersein ist alles drin, wie das weiße Rauschen, in dem alles drin ist, alles vorhanden, ohne dass du konkrete Töne hörst und wahrnimmst. Es ist dieses Leersein, dieses Vergessen, wo dir alles zur Verfügung steht, wo die unendliche Möglichkeit des Geistes zur Verfügung steht, mit all seinen Optionen und Möglichkeiten. und dieser Fluss ist es, der dich eigentlich trägt in deinem Leben, dieser Fluss des Vergessens, des Vergessenkönnens, des Hingebens an das Vergessen, dich immer wieder hinzugeben, zu sagen, ich erlaube mir jetzt, einfach zu vergessen und dann schlafe ich ein und irgendwann wache ich wieder auf und es ist alles da, was ich wissen muss, alles, was ich wirklich wissen muss, ist stets vorhanden. Aber es wird erst ermöglicht durch das Vergessenkönnen, durch diese Vergessensmöglichkeit, durch dieses loslassende Vergessen, das alles macht und aus dem alles gemacht ist und die Wirklichkeit sieht vielleicht so aus, dass du diese Inseln, diese Punkte, dieses, was da herausragt aus dem Vergessen, immer wieder betrachten kannst und dem einen Sinn gibst, einen Zusammenhang gibst und es dadurch für dich etwas Besonderes ausdrückt. Aber in Wirklichkeit sind all diese Dinge, all diese Inseln, all das, was da aus dem Vergessen herausragt, mit etwas ganz anderem verbunden, was Dinge vielleicht in Wirklichkeit wirklich macht und wirklich ausmacht, was ihnen eine Gesamtgestalt verleiht, eine besondere Gestalt verleiht. Einen großen Körper, was auch immer, wie auch immer du es ausdrücken möchtest, das hat was mit Göttlichkeit zu tun, mit Gott, mit Leersein und all diesen Dingen, die da möglich sind. Ganz so, wie du es entdecken magst, das muss nicht gelehrt werden. Du musst es nicht glauben, du musst dich nicht an irgendwelche Glaubensrichtlinien festhalten oder hochhangeln. Es ist einfach so vorhanden. Und so ist es möglich, dass du jetzt in diesem Zustand das erfährst, was wir meinen, was wir meinen. Deswegen spricht man auch sehr gerne von dem Wir, von diesem Gemeinsamen, dass wir ja in Wirklichkeit auch stets sind, dass wir meinen mit dem Vergessen, so wichtig zu vergessen, einzuschlafen, zu ruhen, zu meditieren, bewusst im Wachzustand loszulassen und im Wachzustand zu vergessen, in der Unmittelbarkeit dessen, was da jetzt da ist, wenn du da sitzt, diese Stimme. Und in dieser Stimme werden die anderen Dinge transportiert und ermöglicht, dass sie sich wieder neu zusammensetzen, eine neue Bedeutung finden oder die bestehende Bedeutung unterstreichen. Und all das geschieht, was immer wieder da ist. Und du bist wie ein Boot auf einem See, auf einem Meer, wenn du willst. Und dieses Meer ist dieses Vergessen und dieses Meer ist dieses Nicht-Tun, ist dem, wo alles zusammengefügt ist. Aber du bist doch immer wieder auf diesem Boot und kannst das Boot steuern, steuern auf diesem Meer. Und das Boot trägt auch von alleine und so gestaltest du dein Leben. Unter dem Boot ist das Vergessen. Unter diesem Boot ist all das, was du brauchst, um dein Leben bewältigen zu können. All das, was du brauchst, um es bewältigen zu können. Und so bist du in diesem Zustand und genießt es, gehalten durch diese Worte, begleitet durch diese Worte, die deine eigenen Gedanken und Worte sind, die dein Leben modellieren, die dein Leben unterstützen, die deinem Leben einen Ausdruck geben, und die Worte sind nur Worte. Sie sind wichtig und gleichzeitig auch nicht wichtig. Sie sind eine Möglichkeit dieses großen Potenzials. Und insofern erlaubst du dir immer wieder, die Dinge auch bewusst zu vergessen und bewusst loszulassen. Nicht erst dann, wenn du vollkommen erschöpft bist und nicht mehr anders kannst, dein Organismus nicht mehr anders kann, als automatisch loszulassen. Volle Erschöpfung. Nicht wie viele Menschen gibt es, die sich vollkommen erschöpfen, weil sie etwas absolut wollen, in einer bestimmten Richtung, vollkommen ankleben an der Sache, es absolut manisch davon überzeugt sind und möchten und möchten und es entgleitet ihnen. Und dann müssen sie voller Erschöpfung loslassen, dann werden sie ohnmächtig. Das ist gar nicht notwendig, sondern wenn du dem Rhythmus deines Lebens folgst, dann merkst du immer wieder, es gibt diese Momente des Vergessens, die automatisch eintreten. Und das trägt dich in deinem Leben. Und das in deinem Leben. Vielen Dank.